Na gut, es ist zumindest nicht Umbara. Auch schon was. Wie ihr seht, kein Problem. Ist hier noch Platz? Du hast das wirklich nicht durchdacht. Warum es wird nicht einfach bleiben? Welche Strichnung seid ihr denn rausgekrochen? Ja, voll viel. Dann kommen wir alle nach Hause. Ich werde dir die Sache erleichtern. Jetzt kann der Spaß anfangen. Ich wollte gehen die Auktionen ab. Neuer Strott für die Milchbrette. Meine Truppen werden kurz im Moment. So treffen wir uns wieder. Hilfe! Hilfe! Hey, dann hast du den Rest von uns übrig. Schon bereit zum Aufgeben? Trifft mir wieder. Leitet und windet euch. Händen wir. Gut geht's. Können wir reden? Woher die Zelle? Sie sind klar. Sie sind meine Stütze. Ich höre mich nie wieder heraus. Wir schaffen das schon. Was, das wirklich nicht durchstattet. Was, das wirklich nicht durchstattet. Dieser ganze Wiener an die Arbeit des jeden Schafers. Egal, Bewegung, Bewegung. Mal sehen, wie Ihnen ein kleiner Blasterbeschuss schmeckt. Fliegt ihr Narren. Ich werde dir die Sache erleichtern. So, noch mehr von denen. So, noch mehr von denen. Auffang. Und bereit zum Aufgeben. Das war's für heute. Du wirkst ein wenig an. Das wart ihr meist. Ein Lichtschwert und alle laufen weg. Das ist ein Lichtschwert. Die Sähe nicht mehr flogen. Das ist ein Lichtschwert. Nein, das ist ein Lichtschwert. Da ist es ein Lichtschwert. Muscheln abnehmen. Immer in Bewegung bleiben, Leute. Auf, gib ich dich! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie zurückkommen und es nochmal versuchen. Das heißt, wir bleiben bei dem ursprünglichen Plan. Überrennt sie auf der Oberfläche mit Klonen, damit wir an Bord des Dreadnought gehen und ihnen zeigen können, wie es gemacht wird. Hallo, wie geht's denn so? Vorrednerangriff! Anstreifen! Wie anmaßend! Keine Zeit für Höflichkeiten! Die beste Verteidigung ist ein schneller und entschlossener Angriff. Feindkontakt! Sie haben mich heute nicht gerade beeindruckt. Achtet bitte darauf, wohin ihr geht. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. ?! Seid dann wieder! Weiß gehen schon! G сбerlen! Das ist eine Neuerheit! Achtung auf neue Zielobjekte, die durch die Verteidigung brechen. Ist das eine Finde? Es gibt keinen Tod, es gibt's nur die. Gleich geht's los. Ihr seid am Zug. Als würde man in einem See von Giftmilden baden. Du willst mir nichts tun. Ich habe dich gewahrt. Ziemlich selbstbewusst, was? Die Zwiebeln haben einen neuen Angriff vor. Achtung auf neue Zielobjekte, die durch die Verteidigung brechen. Und Meister Windu dachte, ihr werdet hier für mich bereit. Ihr habt es noch nicht hinter euch. Ihr verschwendet eure Zeit. Es gibt keine Leidenschaft, nur gelassen. Du musst innehalten und alles überdenken. Das ist mein Ziel, genau. Es gibt keine Leidenschaft. Ich glaube an der König. Ich bin der König. Ich bin der König. Ich bin der König, wenn ich mich nicht überdenken. Das war's für heute. Angriff! Gun dance! Gun dance! Gun dance! Gun dance! Gun dance! Achtung, die Soldaten haben einen neuen Angriffskurs. Achtung, von Hinsen. Freut mich, dass ihr euch amüsiert. Es gibt keine Gefühle. Das Chaos tut mir leid. Du gehörst mir. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Du wirst dein Handeln überlaufen. Du wirst dein Handeln überlaufen. So ist es gut. Es gibt kein Chaos. Du wirst dein Handeln überlaufen. Du wirst dein Handeln überlaufen. Du wirst dein Handeln überlaufen. Hallo, wie geht's denn so? Aufpassen. Die beste Verteidigung ist ein schneller und entschlossener Angriff. Du wirst dein Handeln überlaufen. So ist es gut. Wir brauchen uns mit 5-Ponzer aufpassen. Ihr seid dazu. Was ist das? Ah! Oh Gott! Ah! Erniken, was machst du hier? Du solltest dich doch auf Coruscant melden. Ich bin ein ganz guter Typ auf Coruscant. Seht ihr das? Es gibt keine Leidenschaft. Nur Helios. Augen offen halten. Es gibt keinen Tod, es gibt nur die Nacht. Du wirkst ein wenig angespannt. So warst du nicht mehr seit wir... Blaster? Na gut, wenn ihr sonst nichts dabei habt. Keine Zeit für Höflichkeiten. Nun, ich hoffe, dass dies nicht zu lange dauert. Ich hab noch viel zu erleben. Ergebt euch! Eine weitere Chance bekommt ihr nicht. Keine Sorge, ihr kommt noch früh genug dran. Die beste Verteidigung ist ein schneller und entschlossener Angriff. Die beste Verteidigung ist ein schneller und entschlossener Angriff. Wir können nur hoffen, dass wir der Besatzung genug Zeit verschafft haben, um zu entkommen. Läuten, 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 Läuten. Wir können nur hoffen, dass wir der Besatzung genug Zeit verschafft haben, um zu entkommen. Untertitelung des ZDF, 2020